Wir starten mit dem Verb kennen. Wir starten auch erst mal mit der Konjugation. Kennen ist im Präsens regelmäßig. Ich kenne, du kennst, er, sie, es kennt, wir kennen, ihr kennt und sie kennen. Aber das Präteritum ist unregelmäßig. Wir konjugieren zusammen. Ich kannte, du kanntest, er, sie, es kannte, wir kannten, ihr kanntet, sie kannten. Und wie heißt das Perfekt? Das Perfekt lautet, ich habe gekannt.